Beim Anflug auf die Stadt Cucuta im Osten von Kolumbien ist der Hubschrauber von Präsident Ivan Duque unter Beschuss genommen worden. Duque war gemeinsam mit dem Verteidigungsminister und dem Innenminister auf dem Weg zu der Stadt an der Grenze zu Venezuela. Alle blieben nach ersten Angaben unverletzt. Es seien Einschusslöcher an dem Hubschrauber zu sehen, so Duque nach der Landung. Der Helikopter, in dem wir flogen, wurde Ziel eines Anschlags. Wir sagen es nochmal, dass wir als Regierung keine Minute verlieren, keinen einzigen Tag im Kampf gegen den Drogenhandel, gegen den Terrorismus und gegen die im Land tätigen Organisationen des organisierten Verbrechens. Die US-Regierung verurteilte den Angriff auf Duque, auch seine politischen Gegner stellten sich hinter den Staatschef. In Kolumbien tobte jahrzehntelang ein blutiger Konflikt zwischen linken Rebellen, rechten Paramilitärs und staatlichen Sicherheitskräften. Das Land ist zudem der größte Kokainproduzent der Welt.